NASA landet Asteroidenteile in den USA und verzögert Missionen zum metallischen Asteroiden Psyche. Bundesregierung legt neue Weltraumstrategie vor. ESA Euclid löst Star Trekker Probleme und bekommt Probleme wegen Triebwerk. Blue Origin entlässt Chef. Cera Space bekommt japanischen Großinvestor. SpaceX feiert 15 Jahre Orbit und setzt Booster 9 seine Krone und Starship 25 wieder auf. Das alles und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Montag hat SpaceX von der Westküste Starlink-Internet-Satelliten gestartet und auch den Booster erfolgreich gelandet. Bemerkenswert ein Bild, auf dem, soweit ich weiß, zum ersten Mal die Space Laser zur Kommunikation der Starlink-Internet-Satelliten zu sehen sind. Am Dienstag ist von Jingquan eine Lange Marsch 4C mit Yaogan Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Am Mittwoch, den 27. September, hat der Iran seine Kassettrakete mit einem Militärsatelliten gestartet. Am Samstagmorgen ist von Cape Canaveral dann eine Falcon 9 mit Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Bemerkenswert meiner Meinung nach, wie weit dort die Bauarbeiten an der neuen Dragon-Start-Infrastruktur voranschreiten. Durch die hohe Startkadenz von SpaceX gibt es immer wieder organisatorische Probleme zwischen Dragon, Cargo Dragon und Falcon Heavy, die bisher alle nur von PET-39A starten können. Die NASA hat den Start der Asteroiden-Mission Psyche um eine Woche verschoben. Die NASA gab diese Woche bekannt, man habe den Falcon Heavy-Start der Raumsonde, der eigentlich für den 5. Oktober geplant war, auf den 12. Oktober verschoben. Die Verzögerung verkürzt das Startfenster für Psyche von drei Wochen auf zwei. Die NASA-Raumsonde hat tägliche sofortige Startmöglichkeiten vom 12. bis zum 25. Oktober. Die würden es der Sonde ermöglichen, ihre Flugbahn zu treffen, um den Hauptgürtel-Asteroiden Psyche zu erreichen. Psyche, der erste Himmelskörper in unserem Sonnensystem, der hauptsächlich aus Metall besteht, der dann von einer Sonde besucht wird. Asteroiden-Mining, ich hör dir Trapsen. Auslöser der Verschiebung war übrigens die Justierung von sekundären Stickstoff-Kaltgas-Triebwerken der Raumsonde. Es mussten Parameter geändert werden, nachdem Ingenieure festgestellt hatten, dass die Triebwerke bei wärmeren Temperaturen anders arbeiten würden als vorhergesagt. Mein Bild der Woche zeigt nicht direkt den Weltraum, aber im Bild ist ein Stück Weltraum zu sehen. Am 24. September landete die Wiedereintrittskapsel der NASA-Osiris-Rex-Mission sicher in der Wüste von Utah. Ich wollte es streamen und hoffe, euch hat meine Absage noch erreicht. Ja, eine Wespe auf Abwegen in einer Speiseröhre hat uns ziemlich auf Trab gehalten. Aber zurück zu Osiris-Rex. An Bord der Wiedereintrittskapsel sind Proben vom Asteroiden Bennu, die 2020 ja genommen wurden. Das gesammelte Asteroiden-Material wird nun in einem hermetisch versiegelten NASA-Labor analysiert, wobei Wissenschaftler weltweit hoffen, wichtige Informationen über die Entstehung des Lebens auf der Erde zu erhalten. Die Proben könnten nämlich aus ursprünglichem Material von der Entstehung des Sonnensystems bestehen. Die Osiris-Rex-Sonde wird übrigens jetzt mit neuem Missionsnamen Osiris Apex zum nächsten Asteroiden mit dem Namen Apophis fliegen. Probenentnahmen sind da aber dann nicht mehr möglich. Apropos Bild der Woche. Ich hoffe ja sehr, dass das europäische Weltraumteleskop Euclid das ein oder andere Bild zum Bild der Woche beisteuern wird. Ich hatte darüber berichtet, dass es Probleme bei der Inbetriebnahme gab. Die präzise Ausrichtung des Teleskops mit immerhin mal einem Missionswert von 1,4 Milliarden Euro stockte. Ursache war ein sogenannter Star Tracker. Ein Software-Update hat das Problem jetzt offenbar behoben. Ein weiteres Problem macht jetzt eine Triebwerkshalterung. Die liegt außerhalb des Sonnenschirms und reflektiert unter bestimmten Umständen genug Sonnenlicht durch die Isolierung auf das Instrument für sichtbares Licht. Ja, was natürlich ungünstig ist, wenn man sehr schwaches sichtbares Licht von weit entfernten Sternen einfangen will. Laut ESA waren etwa 10 Prozent der Aufnahmen betroffen. Die zukünftigen Beobachtungen wurden entsprechend angepasst, um diesen Winkel zu vermeiden, in dem das auftritt. Die Qualität der Bilder bleibt dadurch aber erhalten. Aber es kann natürlich jetzt sein, dass die Effizienz des Teleskops reduziert wird. Die Bundesregierung hat ihre neue Weltraumstrategie veröffentlicht. Die erste übrigens seit 2010. Ich habe euch das 62-Seiten-Dokument verlinkt, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Positiv ist hervorzuheben, dass der Bundesregierung offensichtlich klar ist, dass sich die Raumfahrt seit 2010 massiv verändert hat und auf die neue Geschwindigkeit auch mit Wettbewerb und Privatwirtschaft reagiert werden muss. Wer auf einen Paukenschlag und eine große Vision für die deutsche Raumfahrt gehofft hatte, wird aber enttäuscht. Gut gefallen hat mir, dass die Bereiche, in denen die deutsche Raumfahrt noch stark ist, klar identifiziert wurden und man diese Bereiche weiter fördern möchte. Für alle neun Aspekte, die in der Strategie als Handlungsfelder genannt werden, von internationaler Zusammenarbeit über Digitalisierung, Weltraumforschung bis zur Gewinnung von Talenten, hätte ich mir gewünscht, dass man kurz abreißt, welche Bereiche trotz guter Ausgangsposition beim aktuellen Trend massiv gefährdet sind. Hier jetzt meine 5 Cent. Also ich persönlich denke, die größte Gefahr für die deutsche Raumfahrt ist, keine neuen Talente gewinnen zu können. Da würde ein Leuchtturmprojekt meiner Meinung nach Wunder bewirken. Und bevor es in den Kommentaren jetzt Politiker-Bashing gibt, natürlich habe ich mir mehr gewünscht, aber das Interesse für Raumfahrt ist nun mal Nische und es ist ja nicht so, als ob es in Deutschland sonst keine Baustellen gibt. Es ist an uns Raumfahrt gesellschaftsfähig zu machen. Frag nicht, was die Regierung für die Raumfahrt tun kann, frag was du für die Raumfahrt tun kannst. Oder so ähnlich. Blue Origin trennt sich von seinem langjährigen CEO Bob Smith, was letztlich zum Wechsel in der Führungsetage geführt hat, wissen wir natürlich nicht. Aber natürlich müssen sich die Errungenschaften des im Jahr 2000 gegründeten Raumfahrtunternehmens von Amazon-Gründers Jeff Bezos an dem des 2002 gegründeten SpaceX messen lassen. Und auch wenn die Auftragsbücher voll sind und selbst wenn Jeff Bezos Jahr für Jahr Milliarden in das Unternehmen gesteckt hat, eine Orbitalrakete hat das Unternehmen auch nach 23 Jahren, immerhin nach seiner Gründung, nicht. Alexa, bring mich in den Orbit. Da bin ich mir leider nicht sicher. Auch mit viel Geld funktioniert das nicht. Und das ist die perfekte Überleitung, denn der neue CEO wird der Amazon-Manager Dave Limp, der bei Amazon unter anderem für Echo bzw. Alexa und zuletzt Kuiper zuständig war. Eine Rakete hat Blue Origin mit der New Shepard. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA hat ihre Untersuchung des Zwischenfalls aus dem Jahr 2022 mit der New Shepard-Rakete jetzt abgeschlossen. Den Vorfall hatte ein strukturelles Versagen einer Triebwerksdiese verursacht. Die FAA hat jetzt 21 Abhilfemaßnahmen festgelegt, die Blue Origin durchführen muss, um solche Pannen in Zukunft zu vermeiden. Das Unternehmen muss der FAA jetzt nachweisen, dass es die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt hat. Ja, und die wirksam sind, bevor eine geänderte Startlizenz für die New Shepard-Rakete ausgestellt werden kann. Für mich etwas überraschend berichtete CNBC die Woche, dass die Partnerschaft zwischen Blue Origin und Sierra Space für die Orbital Reef-Raumstation nicht von Dauer sein könnte. Aktuell soll ein Gespräch über das mögliche Ende dieser Partnerschaft laufen. Hintergrund soll sein, dass Blue Origin der Blue Moon-Mondlandefähre und Sierra Space dem Dream Chaser-Raumgleiter Vorrang vor Orbital Reef geben. Blue Origin hatte kurz nach der Enthüllung des Projekts einen 130-Millionen-Dollar-Vertrag von der NASA für Designarbeiten einer privaten Raumstation gewonnen. Dafür hat die NASA bisher 24 Millionen Dollar für abgeschlossene Meilensteine an Blue Origin gezahlt. Das bringt uns zu Sierra Space. Wie die Woche bekannt wurde, hat Sierra Space in einer Serie B-Finanzierungsrunde 290 Millionen US-Dollar eingenommen. Was jetzt zu einer Bewertung des Unternehmens auf 5,3 Milliarden US-Dollar geführt hat. Sierra kennen viele von euch vermutlich durch den Dream Chaser. Der Dream Chaser ist so eine Art kleines Space Shuttle, wobei es viele der Designfehler des Space Shuttles natürlich nicht wiederholt. Die Frachtversion des Sierra Dream Chasers soll im nächsten Jahr auf dem zweiten Flug von ULAs Vulcan Centaur starten. Sierra Space plant aber auch eine Crew-Version des Fahrzeugs. Spannend finde ich, die Hauptinvestoren sind unter anderem Japans größte Bank und Japans größter Sach- und Haftpflichtversicherer. Die japanische Raumfahrt hat mit dem Ende der ISS ja das gleiche Problem wie Europa. Potenziell wäre es möglich, den Dream Chaser mit einer japanischen H3 oder der Ariane 6 zu starten. Ich meine, es gab auch 2018 eine OHB-Studie im Auftrag der ESA, ob der Dream Chaser etwas für die europäische Raumfahrt wäre. Diese Studie konnte ich jedoch auf die Schnelle nicht finden. Thema ISS. Am 27. September ist in Kasachstan das russische Soyuz MS-23-Wiedereintrittsmodul gelandet. An Bord die ISS-Besatzung von Soyuz MS-22, der ein Raumschiff ja im Dezember in Kühlmitleck hatte und ohne Besatzung die ISS verlassen musste. Der Crew von Soyuz MS-23 Sergei Prokobiev und Dmitri Petelin aus Russland sowie dem NASA-Astronauten Frank Rubio geht es offensichtlich ganz gut. Die Crew startete im vergangenen September mit dem Soyuz-Raumschiff MS-22 zur Raumstation und sollte ursprünglich nur einen typischen sechsmonatigen Aufenthalt haben. Die drei stellten jetzt mit 371 Tagen den Rekord für den längsten Aufenthalt auf der ISS auf. Rubio stellte auch den Rekord für den längsten Einzelaufenthalt eines Amerikaners auf. Rubio sagte jetzt in einem Interview, die unfreiwillig lange Mission habe wertvolle Erfahrungen für zukünftige Langzeitmissionen zum Mars ermöglicht. Der psychologische Faktor spiele da eine größere Rolle als er selbst erwartet hatte. Zur Soyuz ein Fun-Fact. Diese Woche war der Jahrestag einer bemerkenswerten Explosion. Am 26. September 1983 kam es im Kosmodrom Baikonur zu einem Feuer an der Soyuz-U-Rakete. Durch ein fehlerhaftes Ventil konnte Treibstoff austreten, der 90 Sekunden vor dem geplanten Start zu brennen begann. Das Rettungssystem der Soyuz löste auf der Rampe aus und evakuierte die zweiköpfige Crew. Und zwar gerade noch rechtzeitig, während die Rakete auf der Rampe explodierte. Es gab diese Woche für SpaceX ein Jubiläum. Vor 15 Jahren hat SpaceX zum ersten Mal ein Orbit erreicht. Kann man sich heute schwer vorstellen, wie knapp das damals war. Ja, und auch schwer vorzustellen, dass es nur 15 Jahre gebraucht hat, um aus dem kleinen Start-up den größten Startanbieter der Welt zu machen. Elon Musk kommentierte das SpaceX-Promovideo zu diesem Jubiläum damit, dass es hoffentlich in den nächsten 15 Jahren eine florierende Basis auf dem Mars geben wird. Was meinst du? Eine Basis auf dem Mars in 15 Jahren? Ist das realistisch? Schreib mir und den anderen doch gerne unter dem Video. Gerade die ersten Tage von SpaceX finde ich unheimlich spannend. Es brauchte vier Anläufe und SpaceX stand kurz vor der Pleite, als am 29. September 2008 der Micro-Launcher Falcon 1 den Orbit erreicht hat. Wie knapp das Ganze war und was für abenteuerliche Geschichten es aus der Zeit zu erfahren gibt, könnt ihr in meinem Interview mit dem Ex-SpaceX-Mitarbeiter Billin Altern und Hans Königsmann erfahren. Link ich euch beides unter dem Video. Ich hatte schon öfter über das ominöse Starship von SpaceX gesprochen, das ja Anfang des Jahres plötzlich auf der SpaceX-Webseite aufgetaucht ist. Nun hat das Pentagon SpaceX den ersten bestätigten Vertrag für das von ihm entwickelte Starship-Netzwerk erteilt. Es soll eine militärspezifische Version des Starlink-Internet-Satellitensystems werden. Laut US Space Force hat SpaceX am 1. September einen Einjahresvertrag für Starship über einen Betrag von maximal 70 Millionen US-Dollar erhalten. Der Starship-Vertrag sieht einen End-to-End-Service für Starship-Benutzer-Terminals, Zusatzgeräte, Netzwerkmanagement und andere damit verbundene Dienstleistungen vor. Wie CNBC berichtet, soll es dabei erst mal um Services über die bestehende Starlink-Konstellation gehen. Also vorerst keine eigene SpaceX-Konstellation für das Pentagon. Über zwei Millionen Nutzer hat Starlink laut SpaceX schon. Und trotz der vielen Starts, die einem ja ganz schwindelig werden lassen können, wird viel über die Kapazitätsgrenze von Starlink diskutiert. Das Problem soll sich in Wohlgefallen auflösen, wenn der nächste SpaceX-Träger die deutlich leistungsfähigeren Satelliten in den Ort bringen kann. Ja, und das bringt uns zum Starship. Mittlerweile gibt es schon so viele neue Prototypen, wenn ich richtig gezählt habe, sind es fünf komplette Stacks aus Ship und Booster, dass in der Community schon darüber diskutiert wird, ob Booster 9 und Ship 25 vielleicht sogar übersprungen werden könnten, wie seinerzeit ja Booster 4 und Ship 20. Ja, man sollte aber erwähnen, dass diese neuen Stacks im Ausbauzustand deutlich unterschiedlich sind. Booster 9 und Ship 25 sind aktuell immer noch die beste Annahme für den nächsten Flug. Das steht aber noch in den Sternen. Was de facto zu beobachten ist, sind eine Reihe von Strukturtests. Eine etwas eigenwillige Kombination aus Booster-Oberteil und Starship-Unterteil wurde laut NASA Spaceflight im Messies Testareal auf Zerstörung getestet. Was der Hintergrund des Tests war, das wissen wir noch nicht. Der Verdacht liegt nahe, dass es um die strukturelle Integrität im Bereich der Stufentrennung geht. Genau der Bereich also, dessen Last kollektiv sich vermutlich durch das neue eingeführte Hot-Staging massiv geändert haben dürfte. Es kann also sein, dass hier einfach eine Testverrichtung aus vorhandenen Teilen zusammengebaut wurde, um einen Zugversuch der entsprechenden Region durchzuführen. Aber das ist reine Spekulation. Apropos Hot-Staging. Lang lebe der König. Booster 9 hat seine Krone, den Hot-Staging-Ring, zurück. Ob mit ihm alles in Ordnung ist oder man ihn nur als gigantische Unterlegscheibe braucht, um die versetzten Starship-Verbindungen testen zu können, das bleibt abzuwarten. Starship 25 wurde unter Zuhilfenahme der Mechazilla Chopsticks mittlerweile zurück auf Booster 9, genau den Hot-Staging-Ring, gesetzt. Der Puls von Starship-Fans rund um den Globus dürfte dementsprechend wieder schneller gehen. Zu einem Starttermin kann ich euch leider nichts Neues sagen. Es gibt aktuell keine Starterlaubnis und auf regulatorischer Seite ist auch noch einiges an Hausaufgaben zu machen, bevor Booster 9 und Ship 25 abheben können. Spekuliert wird aktuell, dass es wohl nicht vor November sein wird. Ich glaube, da lehne ich mich aktuell nicht sehr weit aus dem Fenster. Näher dran als der Start des Starships sind noch die Starts der kommenden Woche. Am Donnerstag, 5. Oktober startet SpaceX Starlink-Inhalts-Satelliten von Cape Canaveral. Auch am Donnerstag dann ein Start von Virgin Galactic und Spaceship Two. An Bord drei zahlende Passagiere plus dreiköpfige Crew. Freitag, 6. Oktober möchte ULA eine nackte Atlas 5 mit zwei Amazon Kuiper-Satelliten starten. Ja, ich hoffe, die News heute haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.